Auf dem Hode natürlich, meine Damen und Herren, 360er-Show und jetzt kriege ich ein bisschen Asiato. Ich weiß, ich habe mich gestern wenig gemeldet, wenig zu Wort gemeldet, hatte viel zu tun. Aber Hasi, McDonald's-Soße dabei oder was? Habt ihr denn überhaupt Bock auf die 360er-Show? Auf ihn? Ramse! Dann zeigt es mir! 20.15 Uhr, the biggest show on Twitch am Samstag. Hier ist er doch, der König des Internets, mit seinem zweiten Vornamen Versacke, meine Damen und Herren. Macht euch bereit, in einer Stunde werde ich mich live zeigen aus meinem Schloss, denn wir sind ja aktuell ein bisschen vorne. Zeit, ganz nach oben zu klettern. Guck mal, mein neues Outfit, ist das geil oder was? Guck mal, oh Baby, guck mal hier. Hier, da bin ich sogar drauf. Die haben mich sogar drauf gemacht hier. Freue mich auf euch, der König. L is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very... Und man war schön auf dem Dorf, erst feiern. Auf ganz entspannend. Bis ein und nachts. Dann kommt man nach Hause, schaltet die Xbox an. Ja, Xbox. Und dann guckt man, ob mal jemand online ist. Und dann sieht man den schönen Knossi, den König. Scheiße. Scheiße. Willkommen zu Hause, Björn. Willkommen zu Hause. Hallo, Arabella. Gestern bist du schlecht gekommen. Warum bist du gestern nicht... Ah ja, kein Collect, kein gar nichts. Nix gekommen, Arabella. Zwei miese Spins noch auf dem Hunderte aus, wir sind auf Max-Bett durchgeballert. Ja, schäm dich. Cento, komm hier angetrabt. Liebe Freunde, jetzt fahre ich an Murmelsee mein Outfit heute. Guckt's euch an. Smirodox, Smirodox, volle Programm. Leute, Uwe, ich bin nur noch von dir eingekleidet. Nur noch von dir. Mit Knossi 10 bekommt ihr 10%. Swipe up, Smirodox, the fucking best in 2019. Robin, der hat dich gerade im Radio erwähnt, Junge. Und ich dachte nur, der hat gar keinen Plan. Robin, Schulz und ich. The same Versace, get bademantle on the world. Da ist er doch der Flötenheini. Er ist groß geworden. Big one. Am Murmelsee, Freunde. So sieht's aus hier. Mitten im Schwarzwald. Auch relativ viel los auch. Und die Frau sagt, darfst du heute essen? Allah, helvon, joh. Muss ich laufen. Hier ist was los, hey, Leute. Hier ist was los, hey. Du willst da echt hoch? Ja. Guck mal, da sind ganz kleine Leute irgendwo da. Laufen ganz klein. Krassi. Mit dem Bus wäre nix, ja? Hochfahren. Allah, Junge. Jetzt geht's los. Also das kannst du schon mal mit dem Kinderwagen hier hoch vergessen. Was ist denn jetzt los? Was machst du denn jetzt hier? Fragst du jetzt nach, oder was? Also hier mit dem Kinderwagen hoch kannst du vergessen. Und ich mach mal diese Aussicht an, diese Optik, dieses Leben, Freunde. Wow, Baby. Ich muss Ausreden finden. Ganz dringende Ausreden. Geht nicht, gell? Schade, schade, dann leider nein. Da bin ich dankbar, Schatz. Sie hat doch den richtigen Weg gefunden. Jetzt können wir hochlaufen. Ach, wie schön. Wird der König hochgepeitscht. Oh, oh, oh.